Die Asienspiele, auch panasiatische Spiele genannt, sind sportliche Wettkämpfe asiatischer Staaten mit olympischem Charakter. Geschichte Der Anfang der Asienspiele liegt im Jahr 1913, als die fernöstlichen Spiele in Manila stattfanden. Teilnehmernationen waren damals die Philippinen, Thailand, die Republik China, Japan, Malaysia und Hongkong. Bis 1934 gab es zehn Austragungen. Die elften fernöstlichen Spiele sollten 1938 in Osaka stattfinden. Wegen des Ausbruchs des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs wurden sie aber abgesagt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangten zahlreiche asiatische Staaten die Unabhängigkeit. Während der olympischen Sommerspiele 1948 regten chinesische und philippinische Sportler die Wiederbelebung der fernöstlichen Spiele an. Im selben Jahr lud ein indischer Sportfunktionärvertreter aus 13 Ländern zu einer Konferenz über die Gründung eines asiatischen Sportverbandes ein. 1949 erfolgte schließlich die Gründung der Asian Games Federation. Diese erhielt eine Charta, die auf Jena des Yozi basierte. Die ersten Asienspiele fanden vom 4. bis 11. März 1951 in Neu-Delhi statt. 1962 gerieten die Asienspiele in eine Krise. Als Gastgeber Indonesien, die Republik China und Israel aus politischen und religiösen Gründen von der Teilnahme ausschloss. Das Yozi stellte daraufhin die Unterstützung ein. Der IAAF, die AFC und die IWF folgten diesem Beispiel. 1970 und 1978 konnten Südkorea bzw. Pakistan die Asienspiele aus finanziellen Gründen nicht organisieren. Beide Male sprang Thailand ein. Aufgrund dieser Krisen beschlossen die asiatischen NOKS eine Neugründung der Asian Games Federation. 1981 entstand die Nachfolgeorganisation Olympic Council of Asia. 1986 fanden erstmals Winterasien-Spiele statt. Im Laufe der Jahre wurden die Spiele zunehmend populärer. An den ersten Spielen 1951 nahmen 489 Athleten aus elf Nationen in sechs Sportarten teil. 2010 waren es 9704 Athleten aus 45 Nationen. Die in 42 Sportarten gegeneinander antraten. Die Asienspiele 2014 fanden im südkoreanischen Inchehen statt. Am 8. November 2012 vergab das Olympic Council of Asia in Makao die 18. Asienspiele im Jahr 2019 an die vietnamesische Hauptstadt Hanoi. Sie setzte sich gegen das indonesische Surabaya durch. Dubai hatte zuvor seine Bewerbung zurückgezogen. Liste der Spiele Liste der Sportarten Medaillenspiegel Angegeben werden die zehn erfolgreichsten Nationen. Weitere Veranstaltungen Hallen-Asienspiele Strand-Asienspiele flops 알고 stacker in eins Untertitelung des ZDF, 2020